Also wir müssen aus diesem Jahr gehen, einfach mit einem positiven Zeichen. Ich freue mich wirklich, dass Sie alle heute Abend den Weg hierhin gefunden haben. Wir treffen uns heute zum Jahresendforum in der von PIA geschaffenen Fortschrittswerkstatt und wenn ich hier reinkomme, dann ist es jedes Mal eine Verwandlung. Jedes Mal sieht man hier was anderes und heute ist es extra für Sie eine Bar geworden. Ich hoffe, dass es nicht nur das Jahresendforum wird, sondern auch das schönste Forum in diesem Jahr. Es gibt eine große Erkenntnis, die ich gewonnen habe. Es ist die, wir Menschen sind alle DNA-Unikate. Keiner ist verwechselbar. Aber wir haben viel, viel mehr gemeinsam als uns trennt. Also ich möchte dafür werben, dass Zuversicht eben nicht nur ein landläufiger Metaphorismus ist oder ein Aphorismus, sondern tatsächlich ein Tool, mit dem wir arbeiten können. Wer nicht versucht, etwas Neues zu schaffen, der hat halt gleich verloren. Und der, der auf die Reise geht und der Zuversicht und Optimismus ausstrahlt, der wird nicht immer gewinnen, aber er hat wenigstens eine gute Chance zu gewinnen. Ich kann nicht einfach, etwas Neues zu haben.